Jetzt ist sie schon 50 Meter ran, kommt noch näher, noch näher, langsam wird es aber unheimlich. Jetzt sind es ungefähr nur noch 20 Meter. Das ist wie ein Wachhund. Irgendwas ist hier komisch. Sie kriegt aber nicht wirklich zu greifen, was es ist. Sie kriegt auch keinen Wind von mir. Noch zwei Meter und ich kann sie streicheln. Aber jetzt, man sieht es am Pürze, jetzt ist hier irgendwas unheimlich. Ah, er geht noch. Die anderen sind ins Korn, aber überall verliegt.